ich begrüße euch zu einem neuen video ihr hört ich bin immer noch nicht ganz fit aber ich will unbedingt ein paar videos machen um die abzuarbeiten und dass ihr auch das material wieder habt weil jetzt wird die nächsten tage nichts auf den kanal kommen und das ist dann halt auch doof und hier habe ich ja schon unboxing und hardware gemacht aber der hardware check den möchte ich euch unbedingt halt noch ich wollte das erst online schalten wenn ich den hardware check fertig habe und das machen wir jetzt ich habe die uhr jetzt ein bisschen getestet wir switchen mal kurz in den modus von oben damit er das besser sehen könnt so sind wir jetzt hier moment ich muss jetzt erstmal die app noch mal öffnen also ja ist ausgestattet bluetooth also die app die ist eine katastrophe das ist wirklich tut mir leid kann ich nicht anders sagen die app ist eine katastrophe die uhr ist vom tragekomfort her super der akku hält wirklich ziemlich 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 lange aber auch von der technik her ein bisschen katastrophal ich werde euch noch gleich alles zeigen erstmal so man kann sie wirklich super ablesen die uhr ich werde mal versuchen dass ich euch noch ein bisschen ran so weiter kann ich euch leider nicht an so man kann wirklich alles super ablesen man kann das display auch noch ändern hier hat man denn die einzelnen sachen was halt manko an dieser uhr ist der schritte zähler funktioniert nicht diese uhr misst keine schritte also bei mir jedenfalls nicht ich muss hier hoch und dann sagen bewegung das ist praktisch einmal nach unten machen und dann kommt zustand herzfrequenz normal diese herzfrequenz blutdrucksättigung so und dann hier heimer bewegung da können wir denn jetzt sagen wir joggen wir machen schnelles gehen und dann sagen go und dann latschen war oder fahrrad fahren es wären keine schritte von der uhr aus selbst gemessen das finde ich als sehr sehr großes manko ich will doch nicht immer in der uhr sagen ich mache jetzt schnelles gehen ich fahre jetzt fahrrad ich sagte fahrrad fahren und so ist ja gut und schön dass man nicht sagen kann aber wenn ich mich bewege soll die uhr doch auch messen dass ich mich bewege ist meine meinung übungs protokoll wetter hier haben wir da noch wetter das ist auch relativ genau wenn es gerade mal anzeigt das ist jetzt erst wieder mit dem bluetooth verbunden das ist halt das ding dass die app halt bisschen lahmarschig ist wir können das ziffernblatt ändern ich ändere mal das ziffernblatt kurz für euch weil die haben wirklich coole sachen drin das hier kurz ihr seht ja dann gleich das hat man sieht wie schnell geht halt die werden auch nicht auf der uhr gespeichert die werden alle auf der app gespeichert so also war fertig und wenn wir jetzt hier an machen haben wir dann mit dem mond möchten wir nicht ich möchte eigentlich das eigentlich ganz gerne wieder haben schade ist dass man hier die farben nicht ändern kann ich hätte da nicht nicht lila genommen ich hätte dann blau genommen oder irgendwas aber von der vom aufbau finde ich das halt ja ganz gut da siehst du mit den schritten und so wenn es dann mal funktioniert also da müssen sie auf jeden fall nachbessern die app ist ganz großer murks der schritte zähler in der uhr muss aktiviert werden damit der auch funktioniert und jetzt zeige ich euch was noch muss ist so passt auf ich zum ein stück raus damit ihr wirklich sehen könnt so passt auf hier ist meine hand hand so ich mache die mit absicht jetzt mal nicht ran ich will euch mal was demonstrieren so und zwar wollen wir jetzt eine messung machen so ich habe ich mache die uhr jetzt einfach auf ich halte jetzt mal nur fest zack testen und ich halte jetzt einfach mal hier so fest bitte uhr richtig tragen ich trage die uhr richtig weil steht ja hier hier ist das handgelenk so die soll dann hier gerne hier auch noch mal machen tragen so aber da passt sie bei mir schon wieder nicht rum uhr bitte richtig tragen weil ihr seht ihr praktisch hier ist der daumen hier ist die die ding und wir tragen sie eigentlich jetzt richtig so hoch mag ich meine uhr aber nicht tragen ich trage meine uhr eigentlich immer hier unten genauer mir link aber passt mal auf was funktioniert seht ihr das dauert schon länger ach und da kriegen wir ein ergebnis es funktioniert nicht bei tätowierter haut ich habe keine ahnung es funktioniert bei tätowierter haut nicht hier unten sind auch die sensoren mit dem mit dem akku das hat alles super funktioniert mit dem laden bis auf halt so ein paar mannkos trage komfort von der uhr durch das breitere breitere gummi band und so ist wirklich gut also wirklich der und auch hier unten ihr seht da hat es gerade geblinkt hier ist alles schön plastik keine scharfen kanten oder irgendwas dergleichen das ist richtig gut aber sie misst gerade sie macht gerade herz mäßig 55 56 das funktioniert alles 57 das funktioniert sehr gut aber wenn ich das jetzt hier auf die tätowierte haut mache funktioniert schon wieder nicht wir können wir kurz warten bis jetzt wieder grün wird hier so ich mache ich mache jetzt wieder auf die haut auch gucken wir an es funktioniert wieder alles funktioniert und jetzt machen wir wieder auf tätowierte haut und das funktioniert wieder nicht so wir können ja noch mal machen passt mal auf wir machen jetzt einfach mal die andere hand habe ich ja auch gedacht dass ich vielleicht auf der anderen hand mal versuche dass da was besser ist aber selbst da nicht so es funktioniert nicht es funktioniert mit tätowierter haut nicht beim besten will nicht warum keine ahnung man hat schöne auswahl an designs der trage komfort ist super auch die naht dass das nachrichten auf dem display angezeigt werden das funktioniert alles wunderbar wirklich also kann ich echt nicht meckern die uhr ist auch zuverlässig die hat mich die ganze zeit nicht im stiche lassen vom akku her und so aber wie gesagt sie funktioniert nicht auf tätowierter haut und mit dem schritten mit dem schritte zähler funktioniert gar nicht könnte könnte komplett knicken ich habe diese uhr mit meinem handy verbunden in meinem handy habe ich ja auch einen schritte zähler es nicht mal da funktionierte damit die sich austauschen oder so es werden manchmal schritte angezeigt manchmal nicht letztens wurden mir 50 schritte angezeigt wo ich aber viel weiter war also dann wurden mir für die gleiche strecke nächsten tag 700 schritte angezeigt äh und einen anderen tag wurde mir für die gleiche strecke wenn ich die kleine kinderjahrten bringe also das ist immer die gleiche strecke also hin zurück dann wurden mir mal gar keine schritte angezeigt ich habe keine ahnung also es funktioniert gar nicht die app ist sowieso die hängt und dann kommt an staunend und dauernd eine nachricht dass die im hintergrund ausgeführt wird richtig nervig richtig richtig nervig aber so ist eigentlich wenn man wirklich nur uhr braucht für uhr anzeigen und dass man denn wenn man sagt hier ich möchte halt wirklich nur ähm bei bewegung hier bei 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 also wenn man keine tätowierte haut hat dann ist das sowieso gut aber hier ähm bewegung hier beim radfahren jogging und so das funktioniert wirklich gut wenn ich sage ich fahre jetzt rad was bitte verbinden sie sich zuerst mit der live app und starten sie das radfahrprogramm von app also das hat er ja noch nicht gesagt hier bewegung wo die operative steht mehr bewegung radfahren so jetzt sagt er hier 321 go bitte auf die sicherheit zu beginn der übung achten so jetzt sagt er mir da halt die zeit und wieviel kilometer und so und hier steht dann die zeit kann ich dann auch stoppen übungspause und übung enden ich kann euch das aber gerade da nichts sagen was dann auf der app passiert weil da sieht man die landkarte beenden so also wie gesagt da muss da muss da muss was anderes her das muss besser mit der app irgendwie funktionieren die beiden müssen ein bisschen mehr kommunizieren auch dass das handy vielleicht hier sagt hier bewegung und so oder dass die sich abgleichen das oder ich weiß nicht was mit dem bewegungssensor los ist oder dass auch vielleicht mal ein warnhinweis irgendwo kommt achtung funktioniert nicht mit tätowierter haut ich weiß nicht wo das problem ist es funktioniert ich habe es euch ja jetzt zeigt es funktioniert nicht ich habe es an mehreren stellen am arm ich habe es an mehreren stellen auf dem anderen arm ich habe es am bein versucht wo ich tattoos habe und keine tattoos habe also da wo nicht tätowiert ist funktioniert sie super da wo tätowiert ist funktioniert sie nicht kann ich euch nochmal zeigen ich nehme jetzt einfach mal mein hier ist wirklich auf dem handrücken da ist wirklich kein muskel nicht wirklich das ist ja wirklich nur haut sehen und alle drum und dran so gehen wir jetzt mal durch so funktioniert nicht zack testen wir mal hier funktioniert auch nicht und hier ist ja nichts hier ist ja wirklich nur ein bisschen was aber selbst hier oben oberarm nicht also ich habe alles wirklich probiert es ist nichts zu machen diese uhr funktioniert nicht mit tätowierter haut naja was soll man machen das soll es jetzt dazu auch soweit gewesen sein zu meinem fazit wie gesagt tragekomfort super display super akku auch cool hält schön lange app ganz großes chaos schritte zähler funktioniert nicht mit tätowierter haut funktioniert es nicht aber sonst macht sie ich habe sie auch dann eine weile so getragen also dass sie hier unten ist da macht sie alles wunderbar also wirklich bloß schritte wieder nicht zählen aber ich weiß nicht was da keine ahnung aber sonst hat sie das alles gemacht was sie verspricht so das soll es jetzt noch dazu gewesen sein ich hoffe es hat euch gefreut wenn es euch gefreut hat Däumchen werden oh Gott Entschuldigung Träumchen wir sehen uns im nächsten Video wieder bis dahin Ahoi das sagt euer Odin oiii oi oi des oii oi o Vielen Dank.